So, herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Mein Name ist Mira, Mira, Mann im roten Anzug. Heute möchte ich euch eine weitere mentale Einstellung des Energy Flow vorstellen und ich liebe diese Einstellung sehr und ihr werdet gleich auch erkennen warum. Es heißt Gewinner des Lebens. Dass wir auf die Welt gekommen sind, ist nicht selbstverständlich. Wir haben dort das Rennen unseres Lebens gemacht. Unter unseren über 300 Millionen von Geschwistern waren wir die schnellsten. Du warst der schnellste. Du warst dich von all deinen Brüdern und Geschwistern warst du der schnellste oder die schnellste. Und hast es zum Ziel geschafft. Alle anderen hatten Pech. Und die Chance ist 1 zu, ich wiederhole es gerne, über 1 zu 300 Millionen. Im Lotto zu gewinnen, die Wahrscheinlichkeit den Jackpot zu knacken ist 1 zu 13 Millionen. Auf die Welt zu kommen, die Wahrscheinlichkeit ist also knapp 30-fach weniger. Oder im Lotto zu gewinnen ist 30-fach höher als das Leben zu gewinnen. Deswegen bist auch du ein Gewinner. Du bist als Gewinner auf diese Welt gekommen. Und du hast das Recht, dieses Leben als Gewinner weiter zu führen. Wenn du das Gefühl hast, du bist kein Gewinner, dann solltest du ab sofort, ab jetzt damit beginnen zu erkennen, dass du ein Gewinner bist. Du hast das Leben gewonnen. Und du solltest in vollen Zügen genießen. Ich liebe es, ich sehe mich selber auch als Gewinner und ich habe das Recht, das auch so zu führen. Genauso hast auch du das Recht, genau dein Leben genauso zu führen. Ich wünsche dir als Gewinner viel Erfolg bei deinem Leben. Dein Mira. Bist du spürende Blatt. Du bist auf den Weg, der du spürende Blatt, bist du spürende Blatt. Ich bin dann ein Gewinner. Ich bin jetzt zu viel, wenn du es dieses Gewinner warst, denn du bist. Ich kann es einfacher, weil du bist. Bei dir diese Musik zu schießen.